Ich hab keine Ahnung. Nee, ich kann immer noch nie nach Hessen. Warum denn nicht? Das musst du das Spiel fragen. Musst du über die A5. Ja, aber ich kann nicht über die A5. Ich glaube, du dürft meine Stadt durchfahren. Aber ich fahr jetzt irgendwann nach Magdeburg. Ich will jetzt mal ein bisschen weiter... Na, Kritz, Fritz. Ich glaube nicht, dass ich gerade überlegen bin. Nach Magdeburg kann ich nur Trauben oder Mehl fahren. Ja, Fahrmehl. Mehl, meinst du? Gummi-Gaudi. Das sind 20 Tonnen Mehl. 20 Tonnen? Ja. Oder 14 Tonnen Trauben. Okay. Happy Easter. Nehmen wir 20 Tonnen Mehl. Irgendwas Zitrone. Jellybean. So, wo geht's denn jetzt hin? Da muss ich raus. Jo, Obst. Null Problem, oh. Kinderschwolle. 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 Schnuller. Achso, ich hab gedacht Schorle. Ich bin ein großer Fan von Schorle. Ich kann natürlich auch ganz nah ans Mikro gehen. Dann bist du sehr, sehr laut. Und dann bin ich sehr, sehr laut. Und sexy. Und sehr, sehr intim. Team. Sehr sexuell. Ja. Ich mein, das mach ich dann auch mal. Mhm. Mhm. Ich fahre jetzt diesen ausgesprochen sexuellen LKW nach Magdeburg. Das mein Fertig. Mhm. Ich blinke. Komm, nee, ey. Nein, keine Schmatzgeräusche. Das geht zu weit. Das geht zu weit.